Rutsche und tanze innerhalb von 10 Sekunden, nachdem du ein Tor geschossen hast. Also landet bei einer der vier Plattformen. Ich würde euch empfehlen, bei der zu landen, die am weitesten Weg ist vom Battle Bus, weil da vermutlich am wenigsten Spieler landen. Schnappt euch dann so den Ball und versucht ein Tor zu schießen. Es ist nicht ganz einfach, aber müsste für jeden machbar sein. Also, wenn ihr das Tor geschossen habt, nehmt Anschwung und fangt an zu rutschen. Dann habt ihr die Phase 1 erledigt. Setz jetzt einen Niemod oder einen Tanz ein und schon habt ihr die Aufgabe erledigt.